Musik Alles hat gesagt, ich soll nicht nach Kolumbien fahren. Das sei viel zu gefährlich. Zum Glück habe ich nicht auf diese gehört. Unterstützt von den Eindrücken von anderen Törffahrern im Internet, bin ich nach Bogota, der Hauptstadt von Kolumbien, geflogen. Die Stationen in Kolumbien sind Bogota, Armenia, Gali und Pasto gewesen. Eindrücklich auf der Fahrt sind ebenfalls die Andenau gewesen. Dass auf 3.500 Meter noch die Palmen wachsen und alles bewirtschaftet wird, habe ich mir nie vorstellen können. Ich habe ein wunderschönes Land gesehen und erleben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020